Apo de F. Follow the Pale War. Du bist mit den Schornsteinen gewohnt. Und ich hatte mich schon gewundert. Ah, und du hast unser Werkzeug. Los, Bruderherz, wir machen uns besser an die Arbeit. Hier ist das Blattboot für Spitzweg, bereit um in See zu stechen. Und wie kriegen wir es zu Herrn Spitzweg? Gib ihm doch mal einen kleinen Schubs. Auf Luft. Aber keine Sorge, der Kaltwasserbach trägt das Boot bis zur Bachschleuse, wo Spitzweg schon wartet. Da ist es also. So, wir haben noch sehr viel zu tun. Wir müssen bald wieder ans Werk. Wir müssen noch ein antikes Schränkchen für unsere Nachbarn renovieren. Ach, das wird ein Spaß. Ich liebe Möbel. Pass aber auf, dass du nicht wieder zu tief schmirgelst. Na ja. So, wir gehen mal ganz kurz aus dem Bild und wieder zurück. Die sind noch nicht umarbeiten, ok. Ähm, wir gehen mal in die Stadtmitte. Ähm. 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 Ja. Seufzt vor das Rathaus. Und nun gehen wir mal den steinernen Weg nochmal entlang. Und versuchen mal diesen kleinen Sack mit diesem leckeren Honig-Lolli zu bestellen. Was riecht da so gut? Oh, ein Honig-Lolli. Ok, ich sag dir was. Du gibst mir den Lolli und darfst durch. Ausnahmsweise. Mh. Lecker ungesund. Ehrlich gesagt glaube ich, dass der Lolli durch den Honig sogar gesünder geworden ist. Kann gar nicht sein. Gesunde Sachen schmecken. Seit wann sind so komische Wiesel wie du, Gesundheits-Experte? Hier scheinen Tiere doch zu allen fähig zu sein. Da würde mich ein Wiesel, das Gesundheits-Experte ist, auch nicht wundern. Was ist das? War das Symbol mit seinen Mobs? Ich hab noch was anderes gesehen. Genau das. So schaut's aus. Und wir gehen mal zu den drei Fragezeichen. Die sind ja überall. Das ist doch unselang. Was war das? Oh nein! Da wird jemand von einer Krähe angegriffen. Das ist doch Ursula. Ja und das ist ein Tropfen. Hier ist ein Tropfen. So. Hm. Was machen wir als erstes? Wir nehmen uns mal die Zünftropfen. Ich glaube die ist auch auf einem von Mamas Entspannungstees drauf. Ich nehme mir einfach mal ne Knospel mit. So. Den Schnürsenkel den knallen wir uns immer in den Hauch. Der Schnürsenkel sieht noch ganz brauchbar aus. Den nehme ich mit. Überspace in dem hüten 4-8-4-1-1-2-2-2-3-5-1-2-3-4-3-1-2-0-1-2-2-3-1-2-2-3-2-3-5-3-3-3-2-5-3-6-1-2-3-2-3-2-3-0-2-1-2-3-1-2-3-2-4-4-1-2-3-1-2-3-3-2-2-1-3-4-2-3-2-3-4-2-4-2-3-4-2-3-2-1-2-1-4-2-3-1-0-2-2-4-1-3-4-2-3-2-3-2-1-2-3-2-4-3-2-2-3 Ah, Mist. Das bewegt sich ja nicht. Hübsch. Hoppla. Jetzt haben wir einen Haken. Na, die Antenne braucht doch eh keiner mehr. Hm. Mit dem Haken daran lässt sich das Seil wie einen Wurfanker werfen. Lass die Kleine in Ruhe, du Vieh. Oder ich verpasse dir eins. Da probieren wir doch mal, wenn's so einen scharfen Wurfanker in der Radioantenne auskommt. Da guckst du was? Mist, die war nicht nah genug dran. Ich glaub... Ähm... Wir müssen dafür die Krähe locken. Könnte die das... ...das Napfküchlein... ...essen. Na, wenn Tauben aus dem Stadtpark darauf anspringen. Dann auch Krähen im Wald. Oder was? Oder was? Anjas Muffins scheinen zumindest auf Federvieh anziehen zu wirken. So, und jetzt nochmal... ...tut mir leid. Mr. oder Mrs. Krähe oder was auch immer du bist. So, jetzt gibt's Saures. Volle Kanne. Kein Grund mir zu danken. Ich, Zauberlehrling Jerry Haselnuss, helfe immer gerne wo ich kann. Maus. Ich hab alles gesehen. Du bist ein Held. Ach, Quatsch. Ach, was? Mein Freund Uli ist auch so wie du. Leider ist er... Na ja. Hier. Nimm das. Was ist das? Werbung. Irgendwie müssen Mäuse wie ich sicher ihren Lebensunterhalt verdienen. Wow. Er hat gesagt, dass ich ein Held bin. Jetzt bringen wir dich besser nach Hause, Ursula. Du darfst sogar in meinem Rucksack reißen. Sie hat noch eine Krähenfeder in der Hand gehabt. Ob Ursula sie der Krähe ausgerissen hat? Bestimmt. Ich hab's mal aufkleber. So. Oh. Süß. So. Verlass mal ganz kurz das Bild, um gleich wieder herein zu treten. Weil jetzt ist auch der gute Plato anwesend. Auf dem Schild steht, Fahrt in den Sumpf. Vorsicht Mücken. Fahrt in den Sumpf. Steht auch eine Notiz. Hier hängt ein handgeschriebener Zettel. Vorsicht, dies ist Krähengebiet. Solange die Gegend am Fluss unsicher ist, werde ich vom Sumpf aus auf Sendung gehen. Mauswald Radio. Die Stimme von Mauswald gibt nicht auf. Gezeichnet Ludwig Gräbach. PS. Okay, jetzt ist auch noch der Sumpfweg überflutet. Ich mach Sendepause, bis der Weg wieder frei ist. Das Gebäude liegt in Trümmern. Ich kann das dumpfe Gefühl nicht abschütteln, dass die Krähen hier unangenehme Zeitgenossen sind. So, wir gucken gleich mal, wo die Maus mit Rucksack hergekommen ist. Wer bist du denn? So, einen haben wir doch vor... Also, am Anfang schon mal gesehen, als wir markierte Rute waren. Da drüben sieht es auch interessant, aber hier komme ich nicht über den Bach. So. War doch noch irgendwo ein Tropfen. Glaube ich. Spannend. Wieder einer. So. Ah, eine Notiz an diesem Tor. Mal schauen. Da steht etwas auf dem Zettel. Quarantäne. Unser Mitbewohner Steinberg Waldzwerg leidet an einer schlimmen Krankheit. Er ist grimmig und schlecht gelaunt und richtig mies drauf. Und jetzt ist er auch noch krank und hustet und niest. Nicht stören. Bis zum Ende der Quarantäne zelten wir tief im kalten Wald auf matschigem Boden. Deshalb sind wir grimmig und schlecht gelaunt und richtig mies drauf. Blausaftproduktion wird ausgesetzt, bis Steinberg wieder gesund ist. Schmiede, Eisen und Holzer. Waldzwerge. Na klasse. Also gibt es, solange wie der gute Steinberg krank ist, gibt es keinen Blausaft. Das heißt, wir müssen ihn gesund kriegen. Wir müssen aber auch reinkommen. Fest verschlossen. Da hängt ein Zettel. Ja, den haben wir ja schon gelesen jetzt. Ähm. Das Tor zum Grundstück der Waldzwerke ist verschlossen. Gibt es einen anderen Weg auf das Grundstück zu gelangen? Jerry hat die kleine Ursula-Eule vor einer wilden Krähe gerettet. So, gehen wir mal wieder aus dem Bild hinaus. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal hier den Blausaftautomaten an, bevor wir mit Plato reden. Hm, nur noch ein Fässchen Blausaft ist übrig. Scheint, als ob hier in Mauswald der Blausaft knapp wird. Ups. Wir können ja mal den Donald Duck Trick machen, um hier ranzukommen. Vielleicht klappt das. Okay, das sollte ich eigentlich nicht machen. Hätte der Herr Kirchenmaus mir nur nicht den Faden an meine Münze gebunden. Die Versuchung ist einfach zu groß. Es hat geklappt. Wie bei den Kaugummiautomaten gegenüber meiner Schule. Äh. Da soll das auch gehen. Hab ich gehört. Natürlich hast du das mal gehört. Das letzte Blausaft-Fässchen. Und ein kleiner Werbeaufkleber. So, jetzt reden wir mal den Frosch in Uniform an. Na, wenn das nicht der vielversprechende junge Baumläufer Jerry ist, von dem alle Welt spricht. Du hast nicht zufällig gerade einen Feuerzaubergriff bereit, oder? Das bin ich. Aber leider bin ich noch mitten in der Ausbildung. Gerüchte verbreiten sich hier schnell. Ich hoffe, dir ist klar, dass ich mit dem Feuerzauber nur Spaß gemacht habe. Mein Fahrrad ist nämlich aus einer Streichholzschachtel gebaut. Die brennen wie Zunder. Ha. Wie Zunder. Streichholzer wurden damals Zunderholzer genannt. Deswegen brennen wie Zunder. Bist du Plato, der Briefträger? Nun ja. Wenn die Pakete heute nicht ankommen, bin ich wohl wieder nur Plato, der Frosch. Hm. Hm. Dein Fahrrad steckt echt im Eis fest, hm? Ich denke, das Eis wird morgen geschmolzen sein. Das bringt mir aber nichts. Wenn ich die Pakete heute nicht austrage, habe ich bald keinen Job mehr. Hm. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Viel Glück, Plato. Bis bald. Danke. Das ist auch super. So ein Unglück. Ich wollte doch heute Abend mit Anja ausgehen. Das ist auch super. Fängt an, vielleicht kann ich da helfen und dann... Ich gehe erst mal wieder. Sind das deine Pakete und Briefe? Nein, aber ich bin für sie verantwortlich. Aber jetzt ist mein Rad hier stecken geblieben und ich bekomme es nicht frei. Das heißt, ich kann die Post nicht verteilen. So spät war ich mit meiner Runde noch nie dran. Soll ich die Post vielleicht für dich austragen? Hm. Wow. Du willst die Postsendungen wirklich für mich ausliefern? Klar. Ich laufe hier sowieso schon den ganzen Tag hin und her. Damit würdest du mir wirklich helfen? Dann kann ich auf mein Rad aufpassen. Weißt du, meine empfindlichen Froschfüße sind besser zum Fahren geeignet als zum Wandern auf Waldwegen. Kein Problem. Die Post ist schon so gut wie ausgetragen. So. Es ist verschlossen. Plato, der Briefträger, kann Einladungen für dich verschicken. Aber sein Fahrrad ist festgefroren. Plato könnte heute noch gar keine Post verteilen. Kannst du ihm unter die Froscharme greifen? So. Unter die Froschenkel. So. Pilze. Radius. Bern. Eieieiei. Wir gehen mal hier lang. Waldweg jenseits des Bachs. Aha. Aha. Jetzt sind wir hier oben. Klingt uns auch nicht viel außer. Oh, wir gehen den Weg hier lang. Wie. Mauswald. Der Sumpf. Hier oben ist auch irgendetwas. Das sind die Zwerge. Felder. Und ne komische Gestalt. Wir sind angekommen. Wir werden die Lösung sein. Okay. Verdächtiger Typ. Irgendwie siehst du komisch aus. Du scheinst ein bisschen sehr schuppige grüne Haut zu haben. Wie es mir scheint. Sieht aus, als ob diese Steinäuglein schon viel gesehen haben. Interessantes Wesen bist du. Interessantes Wesen. Ich behalte dich im Auge. So. Wir gehen mal hier lang. Ah. Und jetzt stehen wir hier bei Herrn Spitzweg. Und in der nächsten Folge, würde ich sagen, geben wir ihm, dann sagen wir Bescheid, dass ein Boot da ist. Also. Macht's guti und. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.